ARD Text im Auftrag von Funk 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 Okay. Also ich habe so eine Mine gegen ihn, aber da muss ich wirklich nah ran und das möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Aber ich schläge mich mal hin, der kommt jetzt eh gleich. Der müsste mich auch eigentlich schon gespottet haben. Okay. Ich wundere mich schon, dass er nicht schießt. Wird bombardiert. Ich komme da nicht ran. Ich liege hier. Mutig. Der ist da noch, der ist da noch. Der ist nun nicht mehr markiert. Ich habe ihn wieder markiert. Scheiße, Alter. Zweite Chance. Vielleicht komme ich an hier ran. Vielleicht komme ich an hier ran. Ach, der ist jetzt so weit weg. Ich glaube, der fährt weiter. Der fährt weiter. Wo kommt er denn? Die sind jetzt hier schon gut vertreten. Ach, du Scheiße. Die kommen auch schon aus einer anderen Richtung. Aus Cäsar und A. Ungefähr. Da muss direkt einer sein. Da draußen ist er. Da draußen ist er. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Nicht richtig down, nicht richtig down. Ich habe nicht richtig getroffen. Ich muss nachhören. Guck mal. Ja, von beiden ist down. Ich habe auch einen. Weg ist er. Ich versuche den da aber rauszubrennen aus seinem komischen Erdloch, was er sich da gemacht hat. Was ist das heute? Die müssen wir noch über den anderen Häusern sehen. Hier ist noch ein Kerl. Hier ist noch ein Kerl. Guck mal. Ich sag schon. Ich stehe auf offener Flur. Er schießt nicht. Der liegt hier irgendwo rum. Und die Leute spawnen zu ihm nach. Es werden mehr. Mhm. Das ist doch kacke. Was sieht die? Also, okay. Hier ist es schon ein Haushalt. Ich habe einen von ihnen. Okay. Was auf hier kommt? Ein Flieger. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Das ist ein bisschen zu hoch. Wir verlieren die Flur wieder. Oh, okay. Dann gehen wir mal hoch da. Klar. Das ist immer ein heikler Anstieg. Hier gibt es ein Fahrzeug geradezu, das brennt. Das nehmen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Das nicht gebrannt wäre es jetzt schön geworden. Wir hätten mal schön hochfetzen können. Wir nehmen teilweise noch recht viel Leben dafür, dass wir brennen. Aber machst du einfach auf dich aufmerksam. Sondergleichen. Okay, wir müssen hier vorhin schon okay sein. Schon geschossen. Das ist auch ein Light Tank wieder. Nein, habe ich noch einen Typen. Das sind noch ein paar, du. Aber wir haben ja auch einen Panzerwagen bei uns. Da kommt noch ein schwerer Panzer von uns zu. Leg dich hin und halt still. Okay. Ich versuch's mit der Mine, wenn er näher rankommt. Okay, der ist näher dran. Der ist doch direkt hier vor mir, aber ich seh ihn nicht richtig. Ich drehe ihn ein bisschen an. Oh Gott, da ist er, da ist er, da ist er. Du siehst mich nicht. Ja, die hat gesessen. Dafür bin ich draufgegangen. Ah, ausgeschaltetes Fahrzeug. Jetzt müsste es nur unter Beschuss sein. Ja, ich glaube. Und es ist erst down. Mein Offer hat sich gelohnt. Ich hätte es sehr überlebt. Dann wäre es richtig cool. Vielleicht werde ich noch arrive. Nein, der Medik hat nicht mehr. Okay. Nun gut. Jetzt werde ich aber auch wieder Medik. Wir können gleich beide Medik werden. Dann werde ich, sobald ich sterbe, werde ich Medik. Oh, ich habe ein bisschen Munition übrig. Och, nö. Wir gehen gleich wieder weiter. Ich renne. Schön hinlegen. Ja, schön ein abgestochen von vorne. Munition für dich. Komm, ich muss nicht reweilen können. Oh Gott, da ist er noch ein Tank. Der Tank schaut aber auch in meine Richtung. Ja, da sind zwei. Da ist ein Light Tank irgendwo noch weiter hinten. Ja, ich habe den Light Tank gerade gesehen. Und der andere Tank sieht mich auch gerade. Und ich wäre direkt auf dem Platz. Den habe ich auch nicht vergessen. Okay, ich bin erstmal nicht Medik. Ich musste mich schnell umentscheiden und habe das Panzerabwehr-Kit genommen. Ja, das verstehe ich. Ich glaube, das nimmt dir hier keiner übel. Wenn ich schreibe, sonst rein. Okay, wir haben alles alleine geschossen. Was geht nicht los? Mann, ich traue mich da nicht auf den Platz. Ganz ehrlich. Ich beschieße den Tank. Ich beschieße ihn. Ah, da zackt. Hier ist zackt. Oh Gott, hier waren zwei Leute direkt neben mir. Sogar ein wenig mehr. Der kommt doch. Vielen Dank, dein Freund. Ich muss den großen Tank kriegen. Was ist der denn? Du musst schon auf einen anderen Tank schießen. Okay. Wie viele liegt da nur sie an Fahrzeugen? Der Infanter ist noch und nicht unterwegs. Der trifft sich los. Alter, sind das viele Leute hier. Arterie-Wagen geschädigt. Jetzt kriegen wir auch mal einen schweren Tank dazu. Sauber. Endlich, endlich. Jetzt kommt unsere Kavallerie. Du musst hoffen. Ach du Scheiße. Okay, der Arterie-Wagen ist down. Den habe ich zerstört. Hier explodiert alles nur mein herum. Das ist fett. Darcy's Battlefield. Noch ein Panzer voraus. Ich schieße ihn schon. Da sind so viele. Und hier draußen ist das Gas. Es gibt kaum noch Deckung, ey. Der hat fast kein Leben mehr. Oh, ich wurde weggebombt. Och, das ist doch schade. Also, ich habe ihm gut eingeschenkt, den großen Tank. Die müssten ihn irgendwie jetzt mal machen. Ich habe noch ein paar Leute revivet. Hinter dir ist ein Light Tank. So, 50, 60 Meter. Ich war heute. Wieder Richtung E. Du läufst jetzt gerade voll hart. Ich habe noch zwei Leute weggeflext. Bist du, Ebert? Okay, bei mir wurde woanders angezeigt. Alles klar. Markieren wir mal. Das war ein Lauf. Das war ein Lauf, mein Lieber. Ein Revived. Einen Typen weggezogen. Ich glaube, der hat sich überlebt. Ich könnte dich sogar noch wiederholen. Ja, mach das, mein Lieber. Mach das. Das könnte schwer werden, aber ich muss versuchen. Hab das für die KD? Erfälte, ich hab dich. Weg, 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 weg. Oh, die haben das BE-Mod. Bist verletzt. Ich kann dir helfen. Ein feindliches Laufschiff ist eingetroffen. Ich verfolge hier noch einen Typen. Hier, es steht ja wohl noch einer. Komm, ich krieg dich von hinten. Ja. Wie schön mir geholt. Ich weiß, ob ich dann auch ein bisschen ruhig zu fallen habe. Aber ich glaube hier irgendwie nicht dazu. Das ist ein Slipper. Och, nee, was war das denn? Ach, da sind zwei Slipper. Schade, schade. Ich möchte dich wieder hin. Ich weiß nicht mehr, wo die um mich herum noch sind. Ich bleib einfach liegen. Ich bleib einfach liegen. Ich komm zu dir. Zwei in eins. Okay, und zwar noch Emil, weil eigentlich irgendwie hier rum. Okay, den hab ich. Da kommt noch einer runter. Das ist markiert. Komm, der hat ihn, oder? Richtung Emi sind Slipper zum Teil. Hier ist noch ein Typ, den hab ich weggezogen. Kann ich auch einen reviven? Ich hör noch Leute schießen. Das verunsichert mich jetzt doch etwas. Alter, bei E geht's ab, Mann. Wie Bäckerwiese. Ich sag dir was. Ich spotte so ein bisschen das Hinterland. Ich töte die Slipper. Verstehst du? Mach hier uns mal Emil. Vielleicht können wir die Truppe ja ein bisschen vorantreiben. Ich hör ja noch Leute. Ja, es ist Gloria, da kommt welche von F. Und zwar reichlich. Das lohnt, das lohnt. Oh, gut, Schaden gekriegt. Okay, da hinten ist einer von uns gefallen. Ich hol den mal. Kriegst du den? Ja, schön, schön, schön. Ich werd hier aber auch beschossen. Ich werde gerade wenig leben. Komm, Junge, du wurdest wiederbelebt. Du musst aufstehen und wegwenden. Sonst klein lebe ich gleich weg. Ach. Ich treffe den gerade nicht gut. Der ist da noch. Hm, ich hab's gesehen. Ah, kann ich nicht. Da ist auch einer von uns down. Da sind aber zu viele Tanks unterwegs. Warum hast du abgebrochen? Was warst du nochmal? Da kommt ein Light Tank mit der Infanterieausführung. Okay, der schießt hier hin, aber der hat mich noch nicht. Nee, das warst du nicht. Ich hör ihn. Hier kommt einer hoch. Der muss recht nah bei uns sein. Der ist auf. Und der will mich auch so bescheißen. Kann ich dich holen? Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Der fährt auch nicht vorne raus. Ah, der macht die Safe-Nummer. Na gut. Ich mein, so kommen wir ja nicht weiter, ne? Wenn der da rumschleicht. Ja, da kannst du halt auch nichts machen. Ich will den Typen heilen. Okay, du hast den Guide. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, ich lauf jetzt weiter nach F. Nein, der stirbt so. Der ist raus, der ist raus, oder? Komm, das schaffe ich. Stimmt, da hast du noch einen Tank. Da sterbe ich, du hast recht. Wir müssen nur einen Tank-Nummer wenigstens kriegen. Dann können wir auch erstmal wieder E-Mail verteidigen. Ja. Kommt noch ein Lorenz außenrum, aus Richtung Süden. Ich versuche, ihn rein zu reviven. Guck mal, da siehst du schon Lorenz. Ja, Alter. Das war ja ein Rohrkrepierer. Emil. Ach, du Scheiße. Da ist aber noch der Tank-Nummer. Aber E-Mail macht auch Laune. Ist das wirklich ein geiler Spot? Das ist wieder so ein schöner Mikrokampf, der hier entstanden ist. Ja, wir kommen hier echt nicht wirklich großartig raus. Blut. Das hatten wir schon mal hier um den Weg. Komm, ich spasse. Da ist noch der Tank-Nummer. Die haben ihn fast, oder? Ja, die haben ihn. Neu ist. Dann nimmt man auch gleich wieder ein. Immer schön auf die Pirate. Da ist auch wieder Zipp unterwegs. Erstmal ein bisschen in Deckung. Kommst du auf die Beine. Richtung Nordwesten. Hinter dem Baum direkt an der hügelen Kante ist ein Snipper. Ich hab ihn auch markiert. Der liegt aber hinterm Baum. Schieß mal in seine Richtung. Machen wir ihm Angst. Ansonsten können wir es Richtung Florida natürlich versuchen. Der liegt da einfach. Da kann ich jetzt nichts machen. Den hole ich auch. Der ist schon wieder einer bei E-Mail. Aber komm, lass Florida jetzt mal nehmen. Ich will auch mal noch was anderes sehen. Okay. Auf zum Roncathof. Oder wie spricht man das auch? Ronquenet? Ronquenet wahrscheinlich. Ronquenet? Ronquenet? Ja, ich hatte kein Französisch in der Schule. Und mit Spanisch komme ich hier nicht weiter. Ich hab den Snipper. Den vergesse ich doch nicht. Was glaubt der denn? Oh, ist einer gefallen? Schock für den Medic. Hinter dem Gebiet müsste es doch noch sein. Richtung Westen sich auf der Minimum auf jeden Fall was. Ich sehe noch Rennen. Ich hab einen. Ja, ich glaub den... Oh, da sind noch ein paar. Komm mal, markiert. Richtung Westen sind es ja nicht. Ich hab einen. Vorne ist einer von uns gefallen. Ach nee, er hat gleich aufgegeben. Ich hätte ihn doch geholt. Ach, Leute. Komm mal hier im Gebäude vor mir. Ich sehe sie da langkuschen. Ich habe natürlich jetzt eine schöne Brandgranate. Das wäre so... ...mit der Schrote gleich weggezogen. Ja, bleib mal, bleib mal, bleib mal. Das kann ich doch noch holen. Genau. Unsere Kollegen versuchen auch sie zu countern. Oh, haben sie nicht geschafft. Fein. Du musst ihn machen. Ich wurde hart getroffen. Fünf Leben noch. Gas. Bremst auf jeden Fall noch hart drin. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt noch wirklich einer drin ist oder nicht. Vielleicht im ersten Stock. Da wird noch... Ja, da sind wir richtig drin. Alter, Schwede. Ich glaube, ich habe sie. Ich wurde gerade zurückgeportet. Ich müsste sie haben. Okidoki, wir haben auch den Punkt. Ich hatte gerade auch irgendwie einen richtig harten Lacken-Server-Freeze. Wie steht es mit Emil? Ja, ja. Emil war doch schwöder. Reicht nämlich gerade von der Messer-Animation auf einmal freeze der so mit der Achse im Rennen. Oh, ich habe ihn trotzdem... Das Einstürzen hat mich gespottet. Nee, es war das Pferd. Was hat das denn gemacht? Dann markiere auch mal Fritz. Wir müssen das Ziel erobern! Keine Klärchen. Ok, ok. Ich habe noch keinen gespottet. Unsere Leute sind hier gestorben. Die müssen hier sein. Ich glaube, die sind wahrscheinlich eher so Richtung Emil. Bei Emil sind sie doch hauptsächlich. Da ist es kleiner markiert. Boah! Martin Henry. Direkt beim Gebäude dort. Zielt auch noch auf mich. Zwei Leute sind hier schon. Wir müssen gleich wieder bei mir versuchen. Ich habe ihn mit meiner Schicke Brandgranate hingeschmissen. Ah, Umdeckung. Ich schmecke dem auch nicht so. Hier, erste Hilfe! Kommt auf Gas an. Wir kommen jetzt gleich und countern uns. Da ist schon einer rum. Down. Der Schrote ist natürlich hart. Komm, 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 schnell! Saugling. Hier ist noch ein, noch! Ich bin down, ich bin down. Hinter die, hinter die, hinter die. Ja, du Leute. Vergiss es, es kommt auch noch ein Batzer angefahren. Oder so drei, vier. Es galt jetzt nur noch schnell einen Kill zu machen. Bevor ich selber falle. Da muss ich mich hinlegen. Ich habe ihn auch nicht gekriegt, aber ich habe ihn zweimal getroffen. Immerhin Niederhaltungshilfe. Ich gehe erstmal auf E zu. Dann ich da die Punkte mitnehme. Ich muss erstmal einen Revival von unserem Team. Wo ist der Landeiser? Lass mich deine Wunden versorgen! Lass mich deine Wunden versorgen! Ich muss sagen, die Mondragon gefällt mir auf Dauer auch mehr wiederum, als, als der Selbstleid, die wir die ganze Zeit gespielt haben. Die Mondragon ist auch geil. Dann hat er hier auf solche Entfernung der Hammer da noch ausgeklappt. Booyak wahrscheinlich lieber. Da sind Leute gefallen. Da mache ich mich mal auf dem Weg. Nein, nein, einfach das Sniper-Countern. Das ist ja schon ganz schön. Oh, da oben ist immer noch ein großer Panzer. Okay. Markieren, also ein kleiner Panzer, aber nicht ein Schnellpanzer. Ja, der sieht mich aber auch irgendwie. Ich habe das Gefühl, der guckt mich an. Könnte so sein. Es sind hinter uns die Flaggen gesetzt, aber vor uns zwei. Oh, guck mal, hier gibt es was wie jetzt was. Laufwurst. Ja, das ist schön, 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 schön. Dann setz das mal gleich gegen den Light Tank da oben ein. Ich glaube, der ist schon weg, wa? Fahrzeug zerstört. Ja, da wird es noch mehr geben. Da ist noch einiges Leiter. Leider weg, da kommen noch welche. Vor rechts in Florida. Über den Infanteristen. Ist hier dann ein paar markiert. Schön. Jetzt gerade nicht. Boah, da habe ich kassiert. Da habe ich kassiert. Ich kann nicht. Ich lebe noch, ich lebe noch. Du kannst mir Leben geben. Du bist ja, aber wieso bist du noch bei E? Ich hänge noch um. Ich habe dich geschossen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig. Jetzt ist es aber weit weg, ne? Ich renne auf dich zu. Renner Richtung E schon mal. Guck mal, da beschießt du dich auch an. Ich sehe den, ich sehe den. Das ist aber recht weit weg. Den musst du holen, Linus. Na gut. Jetzt läuft er, jetzt wird es schwierig. Ne, du, vergess es. Ich laufe jetzt auch erst mal weiter. Okay. Komm dazu, kick mir ein bisschen Leben raus. Guck mal, der Bomber, den könnte ich doch anschließen. Der ist der Hilfes. Dafür das Zeug wird es auch. Ich treffe den noch nicht. Wen? Den Bomber. Jetzt kann ich nicht vom Winkel hin. Verdammt. Ich glaube, ich habe mich selbst gerecht. Ich habe den Slipper noch gekillt, der aus der Richtung kam. Das muss einfach gewesen sein. Das ist sehr eindeutig. Ja, das haben wir gewonnen, würde ich sagen. Na? Komm schon. Ich will hier meiste Medic-Sachen wie auch immer sehen. Ja, ich glaube, da habe ich zu oft die Klassen für gewechselt. Vom Supporter zum Medic. Das musste eigentlich klappen. Ah, da. Eine Reanimation. Mit 15? Mit 15. Anscheinend nicht, mein Lieber. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht, nee. Ja, guck mal. Ich bin auch nur irgendwie mehr so im Mittelfeld. Ja, 17,5 an sich gut gespielt. Ich weiß nicht, warum ich die Punkte nicht eingestrichen habe. Ich glaube, es war der Kugeltyp, weil ich hier nicht so viele Kugeln auf den Punkt rausgeben konnte. Das war, weil wir sehr viel abseits der Massen gespielt haben. Und dann machst du als Kugeltyp wiederum weniger. Das merkst du noch. Na gut, Leute, wir machen an der Stelle wieder ein Päuschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.